Ja, eigentlich müsste Andrea Di Mario jetzt hier stehen und das Lied seines Chefs spielen. Das Lied seines Chefs nenne ich Moment for Morigone. Sie hören jetzt heute Abend in einer Uraufführung mit zwei Kapellen Moment for Morigone an der Posaune Massimiliano Costanzi oder wie er so schön für sich sagt, unser Max. Massimiliano Costanzi an der Trompete, an der Trombino, Andrea Di Mario und Dankeschön an der Stelle auch unserem Abmischer, unserem Marcel Steiger für den Sound des heutigen Abends. Akustisch nicht ganz einfach auf dieser Bühne, die ziemlich viel wegschluckt. Ich hoffe, wir kommen trotzdem durch und ihr habt Spaß. Jetzt vielleicht ein bisschen Ruhe und Konzentration für ein Weltstück Moment for Morigone. Viel Spaß, gute Unterhaltung. Massimiliano Costanzi und Andrea Di Mario. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Und Massimiliano muss er erzählen. Es kommt natürlich eine Zugabe, und zwar, man darf was sagen, der Heimatmarsch unserer Freunde aus Voranau, eigentlich aber ein Gruß an Cosenza, eine wunderbare Stadt, und Salud war Cosenza dirigiert.